Willkommen liebe Traderinnen und Trader zur Freitagsbesprechung interessanter Charts heute in Vorbereitung der US-Dollar, Schweizer Franken, Euro-Ausrad-Dollar und Schweizer Franken, Japanischer Yen und wie immer zum Freitag natürlich auch der Blick in die großen Indizes, das heißt wir schauen auf das was passiert ist im DAX, wir schauen auf die US-Märkte und natürlich wie immer hier an gleicher Stelle Fragen gern, das heißt wer hier möchte und gerne den ein oder anderen Wunschmarkt zeigen möchte, ran damit rein in die Chats, ich kümmere mich wirklich sehr sehr gern darum, das ist ja immer eine feine Geschichte an dieser Stelle, das dazu, seht ihr schon Euro-US-Dollar wird heute wieder nachgefragt, da ist ja einiges in Bewegung geraten, haben wir ja gestern auch gesehen an diesem sehr sehr leichten Widerstandsband, was man da hatte, das Ganze gucken wir uns gleich mal noch im Detail dann auch mit an. Zuvor natürlich wie immer der Risikohinweis, das Ganze bitte ich in Gänse zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit blicken wir in der Tagesvorbereitung natürlich auf wichtige Nachrichten hier an dieser Stelle. Deutschland hat um 8 Uhr Informationen zum Bruttoinlandsprodukt gebracht, hier wichtigerweise zuerst das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Q4 vom letzten Jahr sozusagen, da gab es eine Plus Minus Null, das hier an dieser Stelle und das Ganze hier geht weiter heute mit den Bruttoinlandsprodukten, beziehungsweise noch dem Bruttoinlandsprodukt um 11 Uhr aus der EU, da kriegen wir also dort auch aktuelle Zahlen. Ich schaue gerade noch mal nach, Erzeugerpreisindex aus der Schweiz, der müsste jetzt auch inzwischen schon gemeldet worden sein, kurzen Augenblick, da ziehe ich mir die Nachrichten natürlich gleich noch mal rein. Hier haben wir gehabt, Erzeugerpreisindex aus der Schweiz auch eine Plus Minus Null. Das dazu, da haben wir das auch gleich noch mit vervollständigt, das gibt es noch am Nachmittag aus den USA. Wichtige Nachricht hier, wir sehen es mit drei Bohlenköpfen, die Einzelhandelsumsätze, der Kernrate hier für den Monat Januar und dann um 14.30 Uhr auch noch die Exportpreise und die Importpreise, also der Exportpreisindex und der Importpreise. Das also hier heute auf der Uhr mit den Nachrichten nichts, was wirklich massivst gravierend ist, aber wir sehen es halt, es kann immer mal wieder ein paar Bewegungen bringen und das Ganze hier an dieser Stelle selbstredend für die Trader als Chance gesehen werden. Das hier zu den heutigen Tagesnachrichten und damit blicken wir gleich einmal hinein in die Charts. Wir starten mit dem Währungspaar. US-Dollar, Schweizer Franken. Ja, was wir hier im US-Dollar, Schweizer Franken vor kurzem gesehen haben, war eine sehr, sehr interessante Sache. Hier der erste Anlauf hier über dieses kleine Zwischenhoch aus diesem Abwärtstrend. Das hatten wir gehabt bei 0,97622. Da sehen wir, hier hatten wir mal den ersten leichten Hauchversuch, diesen Markt hier zu überschreiten. Wir haben es gesehen, das Hoch war etwas drüber bei 0,97666. Da haben wir aber eine ordentlich heftige Umkehrkerze bekommen. Bei solchen Signalen sollte man immer ganz genau hinschauen, weil wenn die Bestätigung finden, kommt häufig erst mal wieder ein Abverkauf. Den haben wir hier auch gesehen. Aber hier ist was Schönes passiert. Hier gab es am Ende dann ein höheres Tief. Das ist sehr, sehr positiv zu sehen und danach den nächsten Schub oben drüber über diesen Widerstandsbereich, den wir hier hatten. Wir sehen es. Der hat dann auch zur Bildung dieses Aufwärtstrends beigetragen. Und dann haben wir hier in diesem Bereich noch etwas verharrt und laufen jetzt in einen sehr, sehr spannenden Bereich rein. Warum ist dieser Bereich so spannend? Es ist ein Bereich, ein Drehbereich mit Widerständen gespickt. Das heißt, wir sehen es hier, wenn wir uns diesen Bereich mal anschauen. Hier zum Beispiel die Marke um die 0,9805. Wir sehen es hier. Der Markt hat eine ganze Weile hier drinnen festgeheftet und ist dann doch nach unten abgefallen. Hier drüben umgekehrtes Bild. Hier hat er immer mal getestet. Damals ging es dann nach oben. Also ein Bereich, der durchaus Marktbeachtung gefunden hat. Das ist das erste Widerstandsband. Und dann kommt relativ früh schon das nächste Widerstandsband. Nämlich hier oben die Marke von knapp 0,98400. Das ist der Bereich, als dieser größere Aufwärtstrend entstanden ist. Und dieser hier, dieser kleine Aufwärtstrend, also dieser Aufwärtstrend, der hier gelaufen ist, der ist hier rausgenommen worden. Wirklich klein ist der ja nicht. Aber es ist halt auch wieder mal ein Bereich, der eine starke Marktbeachtung hat und durchaus ordentlich Abschlagspotenzial mit bereithält. Das liegt jetzt hier vor den Bullen im US-Dollar Schweizer Franken. Und eins ist ganz, ganz klar. Schafft der Markt den Sprung über diese Hürde hier, ist das schon mal ein sehr, sehr hohes Zeichen von Stärke. Nächster Anlaufpunkt, den wir hier zwischendrin vor diesem nächsten Widerstand haben, ist hier noch dieses kleine Zwischenlevel von 0,98327. Wenn wir uns mal diesen untergeordneten Abwärtstrend hier angucken, dann war das einfach ein Swing High, also das heißt ein Korrekturhoch dieses Abwärtstrends, den wir hier hatten. Und das ist durchaus auch ein planbarer Anlaufpunkt zur Oberseite. Also es wird jetzt gerade in diesem Augenblick sehr, sehr spannend, wie sich das Währungspaar hier in diesem, um diesen Widerstand herum, sag ich mal, orientiert, wie stark oder schwach es reagiert. Wie ich schon gesagt habe, wenn es nach oben geht, dann wird es sehr, sehr interessant zu sehen, wie stark die Dynamik beibehalten bleibt. Und deswegen gucken wir uns das Ganze einmal hier noch im Stundenchart an, weil wir im Stundenchart sehr, sehr schön sehen, wie stark der Markt hier momentan auch unterwegs ist. Wir sehen hier schön den Trend nach oben laufen. Hier gab es zwischendrin mal eine tiefere Korrektur, aber wirklich alles fein hier in diesem wichtigen Unterstützungsband bei 0,974. Schön gehalten, das hat hier drüben gehalten. Hier wieder jetzt trendet der Markt nach oben. Und wenn sich dieser Trend schön nach oben fortsetzt, das wäre dann sehr, sehr schön zu sehen, hier die Stärke oben rein zu sehen. Kommt es allerdings hier innerhalb dieses Bandes. Also bitte hier auch nicht auf den Punkt festliegen, nur weil da eine Linie liegt. Die habe ich dort nur hingelegt, weil dort eine schöne Zahl war. Ne Quatsch, es ist einfach der Bereich gewesen von hinten. Nein, nicht an dieser Linie festmachen, sondern das sind ja immer nur ungefähr Bereiche. Und wenn wir hier tatsächlich einen Abprall bekommen, dann könnte das kurzfristig für einen Rücksetzer sorgen. Und da suchen wir uns auch gleich mal noch ein paar Anlaufpunkte. Und da sehen wir halt hier in diesem Bereich hier, wenn wir uns das beispielsweise auch mal annehmen. Hier natürlich erst einmal unten hier dieses Trendtief, was wir hier liegen haben, um die 0,97409. Zwischendrin gibt es einen vorherigen Anlaufpunkt hier. Der liegt auch inmitten dieses Unterstützungsbandes, was wir hier haben. Also dieses alten Ausbruchslevel bei 0,97622. Und da haben wir hier in diesem Bereich halt auch hier so einen kleinen Zwischenhaken in diesem aktuellen Aufwärtsschub nach oben. Hier die Marke von 0,976. Die sollte man auf der Unterseite definitiv auch auf der Uhr mit haben. Ansonsten, wenn es deutlich tiefer geht, hier unter diese Marke unten drunter bei 0,97409, dann ist dieser Aufwärtstrend erste Mal kaputt. Und das heißt, weiter nach unten orientieren. Und da müssen wir dann wieder in den Tagesschat reinschauen, weil dann kommen die Marker unten rein. Und dann haben wir halt hier den nächsten Punkt, wo wir einfach mal schauen können, was war denn interessant? Und da müssen wir mal schauen. Hier kam es zum Bruch dieses Abwärtstrends. Also es war ein wichtiges Level. Und die Marke von 0,97130 könnte dann durchaus auch eine Rolle spielen. Soweit ist es aber noch nicht. Wir sind weiter stark. Und solange wir stark bleiben, kann man ruhig die Oberseite mit antizipieren und für die Trading Setup-Planung definitiv auch mit einbeziehen. Das Ganze hier zum US-Dollar Schweizer Franken. Wir bleiben beim Schweizer Franken und blicken jetzt mal auf das Währungspaar Schweizer Franken-Japanisches Yen. So, kurzen Augenblick. Muss ich noch fix raussuchen. Da ist ja der ganze Blick hier. Heute und jetzt in den Tagesschat. Warum in den Tagesschat? Im Tagesschat sehen wir zwei interessante Dinge. Das Erste, das sehen wir in dem Folge-Chart, den wir uns anschauen, dann auch gleich mal noch. Das Erste war sehr, sehr interessant zu sehen. Und zwar, wir sehen es hier, ich habe es noch eingezeichnet gelassen. Wir hatten darüber gesprochen, Ausbruch aus dieser bullischen Flagge. Hier verortet innerhalb eines Aufwärtstrends eine Flagge, also ein Korrekturkanal in dieser Richtung, eine relativ enge, der nach unten lief. Und den Ausbruch konnte man auch relativ gut traden. So, nur hat der Markt allerdings noch nicht die Kraft gefunden, weiter nach hoch zu laufen. Heißt also hier, wir haben das Zwischenhoch bekommen, um die Marke von 113,094. Seitdem trendet der Markt nach unten. Wir haben es gesehen, gestern im Tagesverlauf sind wir hier unter dieses kleine Zwischentief gelaufen. Ich habe das mal mit blauer Linie markiert. Das ist die 112,151. Wir sind jetzt also hier in der Situation, wir sind hier runtergelaufen, in die Korrektur gegangen. Und schaut mal hier, schon wieder so eine Short-Umkehrkerze. Das ist ein deutlicher Abverkauf. Hier das hoch gehabt, das kleine tiefere Zwischenhoch bei 112,907. Abverkauf, Bestätigung, Abwärtstrendbildung. Das heißt, wir haben jetzt hier nach diesem, ja sag ich mal, verlorenen Schub nach oben, einen kleinen Abwärtstrend nach unten bekommen. Das ist ein eher bärisches Zeichen. So, und jetzt sind wir halt auf dem Weg nach unten. Jetzt wird es interessant für die Trader, die hier genau hinschauen. Schaut mal, hier unten ist das letzte Korrektur-Tief gewesen. Das ist die Marke von 111,735. Laufen wir hier drunter. Was haben wir dann? Richtig. Wir haben dann einen Abwärtstrend. Also hier, erster Schub nach unten. Korrektur mit tieferem Hoch. Hier war das alte Hoch. Hier ist das nächste Hoch gewesen. Das ist deutlich tiefer. Und wenn wir jetzt hier drunter durchlaufen, dann haben wir hier einen Abwärtstrend. Ein Gegentrend zu diesem laufenden Aufwärtstrend. Und der hat dann zunächst erst einmal ohne weiteres das Potenzial hier, das aktuelle Tief dieses Aufwärtstrends hier. Ich zeichne den mal kurz ein. Hier, das ist der Aufwärtstrend, den wir hier besprechen, auf den sich auch diese Korrektur hier bezogen hat, diesen Bereich hier unten anzulaufen. Das heißt, dieser Trend hier ist zwar noch da, der ist nicht gebrochen. Aber wenn sich hier tatsächlich ein Gegentrend bilden sollte, mit Kursen unter diesem Zwischenlob bei 111,735, dann ist das Potenzial erstmal kurzfristig da, hier diesen Bereich bei 110,900 definitiv anzulaufen. Und das ist hier unten das aktuelle Trend Tief. Dieses Potenzial ist da. Und das sehen wir sehr, sehr schön hier aus der technischen Analyse heraus. So, das ist also die Seite nach unten. Sollte sich der Markt allerdings vor diesem Unterstützungsbereich hier unten fangen und nach oben drehen, dann kriegen die Bullen wieder so einen Hauch einer Chance. Das heißt, wenn es hier tatsächlich vorher zu einer Umkehr kommt, das kann man dann auch schön im Stundenchart sehen. Ich nehme mal ganz kurz diese Chartzeichnung hier raus, damit das nicht zu unübersichtlich wird. Kurz einen Augenblick. Wenn wir das bleiben, also wenn wir das wirklich darüber halten können, den Markt nicht unter diese Linie sehen, das heißt, auf der Tagesbasis bildet sich kein regelmäßiges oder kein neuer Abwärtstrend, dann haben wir die Chance, wieder nach oben zu drehen. Und dann wird es halt interessant, wenn wir hier vorher den Ablauf sehen. Dann schauen wir mal kurz in den Stundentrend rein. Das ist das, was wir hier sehen. Ich mache mal ganz kurz die Charterkennung hier raus. Das heißt, hier sehen wir ja momentan sehr, sehr schön den Abwärtstrend laufen, den wir da haben, den kleinen hier auf Tagesbasis. Das ist das hier. Und wie schon gesagt, wenn der vorher wieder rumdreht, zurückkommt, dann wäre das erste Mal eine einsetzende Korrektur innerhalb dieses Trends, den wir hier am Laufen haben. Jetzt markiere ich diesen mal ganz kurz. Also dieser Abwärtstrend, der hier sozusagen da ist, wenn wir da die Umkehr bekommen, das wäre erst einmal, wie schon gesagt, die Korrektur des Ganzen. Und dann haben wir die Chance, sollte die Korrektur wirklich sehr, sehr ausgedehnt laufen, wie schon gesagt, vor dieser Linie hier unten, vor der 111,735. Dann haben wir jetzt oben erstmal die Anlaufpunkte. Natürlich ganz klar, jetzt wäre hier der Ausbruchsbereich um die 112,151. Und dann sozusagen hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier diese Medianbereiche, also das, was wir hier in diesem Bereich haben, beziehungsweise hier, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen, das Tageshoch, hoppala, das ist ein bisschen klein, hier an dieser Stelle, also dieses Tageshoch hier noch mit als Anlaufpunkt zu nehmen. Das ist die 112,45. Das wären mal Marker, die wir auf der Oberseite haben, als planbare Anlaufpunkte, die wir hier aus dem Chart mit rausnehmen können. Aber wie schon gesagt, das Vortageshoch ist zwar da, aber noch sehen wir hier absolute Schwäche. Wir brauchen da definitiv erst einmal die Umkehr. So, zum Thema Umkehr gucken wir jetzt mal noch auf den Chart vom Euro-Austral-Dollar. Hier gucken wir dann gleich auch mal in die kleine Zeiteinheit innerhalb eines Unterstützungsbandes. So, das legen wir kurz rum. So, Euro-Austral-Dollar, da ist er hier schon im Stundenchart. Im Stundenchart an sich. Der Blick in den Tagesschart gibt uns hier das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild wie das, was wir gerade schon gesehen haben. Schaut es euch mal an. Hier, Aufwärtstrend und dann hier ein Korrekturkanal und dann gab es hier den Ausbruch aus diesem Korrekturkanal. Den hatten wir hier auch besprochen und im Stundenchart ist das schön zu sehen. Aber auch hier haben wir gesehen, der Ausbruch kam. Es kam aber nicht dazu, dass der Markt die Kraft gefunden hat, nach oben zu laufen, sondern er läuft nach unten. Er hat ein tieferes Hoch gemacht und ist jetzt massiv nach unten gefallen. Und das Ganze sehen wir nämlich sehr, sehr schön im Stundentrend. Ich zoome das mal ganz kurz zusammen hier an dieser Stelle. Und da sehen wir es. Da hat sich jetzt hervorragend ein Abwärtstrend gebildet. Also das, was uns vielleicht im vorherigen Währungspaar, also im US-Dollar, im japanischen Yen, Schweizer Franken, im Schweizer Franken, japanischen Yen, jetzt habe ich es, noch bevorsteht. Das ist hier schon passiert. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Hier an dieser Stelle. Der Markt verharrt gerade in einem wichtigen Unterstützungsband. Ich muss das Ganze mal noch ein kurzes bisschen zusammenzoomen. Wir gehen gleich näher rein. Ich will hier nur mal den ganzen Chart zeigen. Schaut euch das mal an. Hier, das ist ein ziemlich gutes Unterstützungsband, wo man erwarten kann, dass der Markt nicht einfach so durchgeht. Zumindest nicht dann, wenn der hier schon ordentlich weit auch in der Bewegung steht. Also das war schon ein ganz schöner Schub, der jetzt hier nach unten gekommen ist. Und das Potenzial, was oben drinnen war, wenn wir das mal ganz kurz ausmessen wollen, hier an dieser Stelle, also hier mal von oben nach unten gezogen, also hier da rein. Jetzt muss ich nur gucken. Ah, da habe ich es genau. Also wenn wir das mal unten draufsetzen, schaut, da stehen wir halt genau in diesem Unterstützungsband. Also das Potenzial ist schon ziemlich stark ausgereizt, dieser Bewegung. Aus diesem Grund, ausgereizte Bewegung plus Verortung in einem solchen Unterstützungsband könnten hier Gedanken lauter werden, dass wir erst einmal eine korrektive Phase sehen. Und wenn diese korrektive Phase sehen, dann passiert das, was wir hier momentan sehen. Der Markt zögert so ein bisschen hier in diesem Bereich und fängt halt auch an, anzuschreiben, ein höheres Tief zu machen. Das ist jetzt das, was wir brauchen. Also was brauchen wir für das Setup, für ein Abpreisszenario? Das gehen wir hier gleich mal länger an. Brauchen wir hier ein Bild. Ich zeichne jetzt mal kurz dieses Bild ein. Ob das jetzt so kommt, das weiß ich natürlich nicht. Aber was wir brauchen ist, wir brauchen hier im Optimalfall, ja. Also wenn das jetzt wirklich der Optimalfall wäre, dann würden wir jetzt hier folgendes sehen. Der Markt dreht vor diesem Tief hier unten irgendwo um und schiebt nach oben und macht einen schönen Aufwärtstrend. Also in irgendeiner Art und Weise so ein Bild. Das wäre ein erstes Abpreisszenario. Und wenn das spielt, wenn der Markt dieses Abpreisszenario spielt, dann haben wir die Chancen nach oben zu laufen. Wichtigerweise bezogen auf diesen Abwärtstrend, den wir hier liegen haben, also hier die letzte Bewegung schön nach unten gerichtet, können wir uns erst einmal darauf einstellen, wenn der Gegenschub kommt, hier diese Marke am letzten Trend hoch, die ist wichtig, die 1,62, 1,20. Da muss der Markt tatsächlich drüber laufen, um hier definitiv die Oberseite anzulaufen. Also das ist der erste Anlaufpunkt. Wird dieser Anlaufpunkt nach oben rausgenommen, ja, dann folgen die nächsthöheren Orientierung. Der nächste Widerstand, den wir auch auf Tagesbasis sehr, sehr schön sehen können, ist hier dieser Bereich, wo dieser größere Trend hier entstanden ist, beziehungsweise wo dieser Aufwärtstrend hier durch den Abwärtstrend abgelöst worden ist. Das ist die Marke von 1,62,530. Dieser Bereich, wie schon gesagt, ein Widerstand. Ansonsten, wenn der auch genommen wird, hier können wir uns schön an den Trend hoch orientieren. Die nächsten beiden, die dann kommen, wäre mal hier oben das Level um die 1,62,8, beziehungsweise hier die 1,63,830. Diese Marke haben wir auf der Oberseite. Wie schon gesagt, dazu braucht es allerdings hier kein neues Tief. Das ist ein sehr, sehr wichtiger. Also nicht hier drunter fallen. Das wäre sonst eine reine Trendfortsetzung aus jetziger Sicht. Das wäre das Szenario, dass wir hier erstmal noch ein bisschen warten müssen mit einem Abprall aus diesem Supportband, das wir hier an dieser Stelle sehen. Dieser Marker hier bricht es allerdings komplett durch. Auch das sehen wir schon schön im Stundentrend auch drinnen. Dann ist der nächste Anlaufpunkt mal hier unten. Da ist jetzt nicht viel, was Aufhalt gibt. Der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier unten dieser Support um die 1,59,750, die Marke, die wir hier sehen. Und das ist ein Bereich, das sehen wir auch sehr, sehr schön im Tag. Das Schatter kann ich mal ein bisschen größer machen. Hier dieser Bereich, der ist schon oft getestet worden. Also hier dieser Bereich. Und hier sehen wir auch dran. Das sind so oft Schwungbereiche. Da läuft der Markt manchmal dran. Manchmal spiked er kurz drunter. Manchmal läuft er drunter, um dann wieder zurückzulaufen. Also diese Unterstützungsbänder bitte nie so genau nehmen, um zu sagen, okay, da ist ein Unterstützungsband. Das hat das Tief bei, was weiß ich, 1,60. Und wenn der da drunter läuft, gilt das als gebrochen. Und da wird der jetzt durchlaufen. Nee, so einfach ist es nicht. Das sind einfach Bänder, wo man sich als Händler auf die Lauer legen sollte und sagt, was muss denn passieren, dass jetzt ein Abrall kommt. Also so ähnlich, wie wir das gerade auch gemacht haben, hier im Euro-Australdollar Szenarien skizzieren. Und wenn wir dann diesen Gegenschub sehen, also auf der Stunde beispielsweise Bildung eines Aufwärtstrends, dann kann es halt auch mal sein, dass das etwas unter so einem Band kommt und dann die Gegenbewegung kommt. Wichtig, das sind Grundbereiche, auf die man einfach mal schauen sollte. Hier im US-Dollar Schweizer Franken. So, jetzt verlassen wir noch mal kurz die Währungen, gehen auf die Nachrichtenseite zurück. Da machen wir nämlich noch sozusagen die Nachrichten fertig und dann kümmern wir uns um die Wunschmärkte bzw. schauen wir einfach mal, was die großen Indizes gemacht haben im Laufe der Woche und was wir möglicherweise nächste Woche erwarten können. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf die Nachrichten, die wir hier haben. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Nachrichten für den Nachmittag heute noch gar nicht vollständig fertig gehabt. Das machen wir jetzt aber. Also wie schon gesagt, 14.30 Uhr in den USA die Einzelhandelsumsätze. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Dann gibt es die Industrieproduktion aus den USA, die Lagerbestände und dann etwas Wichtiges, das Thema Konsumentenerwartung. 16 Uhr kriegen wir Nachrichten von der Uni Michigan zu den Konsumentenerwartungen und zum Verbrauchervertrauen. Ja, und warum ist das wichtig? Ganz klar, das ist wichtig für die Binnenkonjunktur der USA. Das sind auch Dinge, die ins Biespuk mit einfließen, wo auch die FED sozusagen wichtige, sage ich mal, Informationen zur Stabilität der Wirtschaft bekommt und aus diesem Grund genau hinschauen, was hier passiert. Wie schon gesagt, diese Daten gibt es hier um 16 Uhr. 16 Uhr gibt es dann auch noch die Einzelhandelsbestände ohne Fahrzeuge. Und dann heute haben wir Freitag wie immer für die Freunde der COT-Reports. Heute Abend um 20.30 Uhr gibt es dann die aktuellen Daten. Hier also die CFTC-Reportings. Das Ganze wie immer am Freitag. Und damit blicken wir mal auf die Woche zurück. Was gab es denn im Laufe der Woche an wichtigen Nachrichten hier an dieser Stelle? Wir hatten ja ein paar, ein bisschen auch bunt gemischt aus Großbritannien, gab es durchaus gute Informationen zum Thema Bruttoinlandsprodukt. Wir sehen es hier, das BIP auf Monatsbasis, ein Zuwachs von 0,3. Das Bruttoinlandsprodukt hier im letzten Jahr, also auf Jahresbasis im Quartal 4, ein Zuwachs von 1,1. Die Prognose war ja 0,8. Also das war eine positive Überraschung an dieser Stelle für den Markt. Was ein bisschen ungünstig war, war der Rückgang in der Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Nun, das sind auch Zahlen, die wir immer mal auch woanders sehen. Die aktuelle, ja sage ich mal, Situation mit den Handelszöllen und so weiter und so fort. Das ist halt schwierig. Und wir sehen es halt gerade auch in Großbritannien, da haben wir ja auch noch das Thema Brexit. Das wirkt sich halt alles so ein kleines bisschen auch mit aus. Was hatten wir noch? Hier bei den Jolls Stellenangebote, da gab es eine etwas negative Überraschung. Da wurden weniger Stellen geschaffen, als das Ganze erwartet wurde. Und hier am Mittwoch auch bei den, sage ich mal, Rohöl-Lagerbeständen, was wir hier hatten, da gab es doch einen deutlich größeren Zuwachs als das, was der Markt erwartet hatte. Verbraucherpreise in den USA sind hier stabil geblieben. Das heißt auch, das ist etwas, wo die Fett beispielsweise hinguckt. Und wenn man die sieht, wir haben hier keine Teuerungsrate, keine massiv ansteigende, da wird wahrscheinlich auf der Zinsseite auch relativ wenig passieren. Zumindest nicht nach oben. Also es ist hier ja alles relativ stabil. Schauen wir jetzt noch auf die Wochenvorschau, also das, was wir sozusagen nächste Woche erwarten können. Montag, hier wir sehen es in den USA, da ist Feiertag, da wird der Präsident in den USA gefeiert. Dienstag kriegen wir aus Großbritannien Daten zu den Durchschnittseinkommen. Die inklusive Bonuszahlung, wir kriegen die Arbeitslosenänderung und aus Deutschland den ZEW oder die ZEW Konjunkturerwartung. Die gucken wir uns dann übrigens am Freitag im Detail an. Das heißt, da beleuchten wir mal den Fokus, wie es hier den, also wie es in Deutschland sozusagen geht. Mittwoch gibt es dann die Verbraucher, den Verbraucherpreisindex aus Großbritannien. Aus den USA bekommen wir die Baugenehmigung, den Erzeugerpreisindex und wir bekommen das FOMC-Sitzungsprotokoll genannt. Am Donnerstag geht es dann weiter. Großbritannien bringt die Einzelhandelsumsätze für den Monat Januar. Wir bekommen aus Deutschland das EZB-Sitzungsprotokoll. In den USA kriegen wir die aktuellen Daten zum Feiertag-Herstellungsindex. Und am Freitag dann kriegen wir aus Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das auch sehr, sehr wichtig. Wir wissen ja, dass das verarbeitende Gewerbe in letzter Zeit immer mal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so richtig Boden gut zu machen. Da kriegen wir dann aktuelle Zahlen. Einkaufsmanagerindex kommt dann auch noch aus Großbritannien hier am Freitag für den Gesamtindex und für das verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleistungen. Freitag dann auch noch aus der EU den Verbraucherpreisindex und aus den USA am Nachmittag dann die Verkäufe bestehender Häuser. Das ist also eine kleine Planung für die nächste Woche auf der Nachrichtenseite. Und damit gehen wir zurück in die Charts. Und da hatten wir eine Frage bekommen, die beantworte ich auch gleich noch. Das ist das Thema Euro-US-Dollar. Den hätten wir uns sowieso mal noch mit angeschaut. Und danach gucken wir uns die großen Indizes an. Und Jan, an dieser Stelle gleich auch noch bitte, wer Fragen hat und hier zuschaut, gerne den einen oder anderen Wunschmarkt noch mit reinposten. Ich kümmere mich wirklich sehr, sehr gern darum. So, dann gehen wir mal jetzt auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Da gucken wir hier in den Tagesschat noch mit rein. Und zwar sehen wir hier der Tag, nicht die Stunde. Der Tag ist uns sehr wichtig. Wir hatten ja gestern hier, ich muss das jetzt mal kurz zusammenraffen, nochmal auf die Woche. Das ist ein bisschen arg viel hier sonst. Auf der Woche, was wir hatten hier, das hatte ich gestern ja auch gezeigt. Wir hatten hier das Jahrestief an dieser Stelle. Hier, ich nehme mal ganz kurz die Trenderkennung noch mit raus. Hier, das, dieser Punkt, kurz einen Augenblick, das können wir größer nehmen. Also ganz knapp die Marke hier am Low bei 1,088. Das war das Tief aus dem September 2019. Das haben wir gestern deutlich unterschritten. Aktuell stehen wir bei 1,08425. Was wir hier hatten, einen Bereich, den hatte ich hier so ein bisschen in Grün markiert an dieser Stelle. Hier, das ist der Punkt, das ist so ein Drehbereich gewesen, wo wir hier in der Vergangenheit immer mal auch Beachtung gefunden hatten. Und hier hatte der Markt auch beim letzten Mal in diesem Bereich gedreht. Und das ist etwas, das hatte ich vorhin auch schon avisiert. Das sind so Bereiche, in denen kann es zu der Umkehr kommen, muss es aber nicht. Deswegen immer mal hinschauen, ob es dazu kommt oder nicht. Das heißt, aus aktueller Sicht spricht noch nichts dafür, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen. Wir gucken uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Wir sehen es hier. Wir sind gestern auch deutlich unten drunter durchgelaufen. Und jetzt schaut es so aus, als wenn der Markt ein Stück zurückkommen möchte mit dieser kleinen Kerze, die wir hier sehen. Aber ich sage an dieser Stelle, es schaut nur so aus, als ob wir eine Gegenbewegung bekommen. Ob die kommt, wissen wir an dieser Stelle längst noch nicht. Und da mache ich mir immer einen kleinen Trick zu nutzen. Ich gucke einfach mir mal den Trend an, der hier drunter liegt. Und sehr, sehr oft ist es so, dass wenn wir so einen starken Schub auf Tagesbasis bekommen, dass wir in der Stunde den Trendverlauf sehen. Und so ist es auch im Euro-US-Dollar. Wir sehen auf der Stunde sehr, sehr schön den Trend. Hier, das hier ist der aktuelle Trend. Das ist der starke Kursschub, den wir dort nach unten sehen. Ich mache den mal ganz kurz rein hier an dieser Stelle. Also das ist der starke Schub, der Bewegungsarm, den wir auf Tagesbasis jetzt gesehen haben. Und hier sehen wir, wie sich dieser Markt von oben nach unten schlängelt. Immer wieder mal kleinere Korrekturen an dieser Stelle. So. Und was jetzt hier einfach wichtig ist, ja, das ist die Tatsache, das letzte, das letzte Hoch in diesem Trend, das haben wir hier oben gehabt, hier, ganz grob, bitte nicht auf den Punkt festlegen, aber hier an der Marke von 1,088, 1,089. Was wir hier sehen, das was hier, das kleinste, was hier angezeichnet wird, das ist der Trend, der untergeordnete Trend hier in der Stunde. Das ist also faktisch einfach nur ein Marker, dass man sehen kann, okay, wann fängt denn die Korrektur dieses letzten Schubes an. Und wohlgemerkt, das ist dann nur die Korrektur dieses letzten Schubes. Das ist nicht die Korrektur von diesem Trend. Dieser Trend wird erst dann korrigiert, wenn wir hier oben drüber laufen. Ja, also dieser Trend wird dann gebrochen und dieser Bewegungsschub, also der Trend auf Tagesbasis, der geht dann in die Korrektur über, wenn wir hier oben drüber laufen und den Bewegungstrend rausnehmen. Alles andere wäre jetzt, wenn wir hier tatsächlich über diesen kleinen Punkt hier oben drüber laufen, also hier, hier oben drüber laufen, wenn wir da drüber gehen, dann ist dieser kleine Bewegungstrend rausgenommen. Und dann sehen wir die Korrektur des Stundentrends. So, das wäre dann nur eine Korrektur des Stundentrends. Wer aber auf eine nachhaltige Korrektur des Tagestrends wartet, der muss einfach schauen, was passiert hier oben an diesem aktuellen Trend hoch in der Stunde. Läuft er da drüber? Dann kann es durchaus Korrektur zur Oberseite geben und dann kann man sich schön auch an den entsprechenden Hochs hier, die wir hier sehen, hier, die hier schön nach unten laufen. Also immer wenn man eine Bewegung und dann eine Korrektur gesehen hat, dann ist ja ein Korrektur hoch hinterlassen worden. Und diese Hochs, das sind dann die Anlaufpunkte, wo man die Korrektur entsprechend mit dran planen kann. Und dazu, ja, sollte der Händler dann halt einfach warten, bis es da entsprechend die Zeichen vom Markt auch gibt. Wie schon gesagt, momentan ist ja noch nicht einmal der Trend, der Bewegungsarm der Stunde gebrochen. Wer das mal genauer sehen möchte, hier, das ist jetzt mal das. Wartet mal, ich nehme es mal kurz raus, die Trenderkennung hier an dieser Stelle. Schaut euch mal an. Das ist das, was wir hier jetzt gerade auf der Stunde gesehen haben. Das hier ist der letzte Bewegungsarm der Stunde. Wartet, ich gehe nochmal kurz zurück in die Stunde. Ich zeichne euch das mal ganz kurz ein, hier mit einer Linie. Also, der hat hier oben angefangen und hat sich bis hier runtergezogen. Das ist der aktuelle Bewegungsarm. Und wenn wir uns das in den fünf Minuten mal anschauen, hier, das ist der Bewegungsarm, dann sehen wir hier in den fünf Minuten den Trend innerhalb dieses Bewegungsarms. Das ist das Ganze, was wir hier sehen. Und das hier nach unten gezogen. Sehen wir halt, wenn das Ganze nach oben drüber läuft, dann geht das Ganze schön zur Oberseite hin. Und wie schon gesagt, diese Marke hier, die 108, das ist hier im Stundenchart sozusagen das letzte Trend hoch gewesen. Und wenn wir da schön drüber laufen, dann können wir hier nach oben reingehen. Und das ist dann aber erst mal wirklich nur die Korrektur des letzten Armes in der Stunde. Aber momentan, aus meiner Sicht, gibt es hier noch kein Anzeichen dafür, dass der Markt nach oben will. Weil wir sehen, wir sind immer noch innerhalb der Bewegung, die wir hier drinnen sehen, hier an dieser Stelle. Und das ist halt jetzt an dieser Stelle halt immer noch die Abwärtsrichtung, die wir da haben. Hier im Euro-US-Dollar. Weitere Fragen einfach in die Chats. Ich mache da mal weiter mit der Analyse vom DAX und Co. Und hier sehen wir einen DAX, der gestern mal kurz durchgeatmet hat. Wir sehen, wo wir reingelaufen sind, mal wieder sehr, sehr schön in einen Ausbruchbereich. Und wenn wir das Ganze hier, das ist übrigens jetzt mal der Stundenchart. Wir gucken uns gleich den Tageschart an. Aber wir sehen es. Schaut euch mal hier, dieser Bereich um die 13.600 Punkte. Der hat immer wieder Relevanz. Und hier auch in diesem letzten Schub. Wir sehen es. Der Markt läuft runter, testet solche Bereiche an und geht es wieder nach oben. Wir trenden schön zur Oberseite hin. Das ist ein sehr, sehr bullisches Zeichen hier an dieser Stelle. Und damit sehen wir es auch. Ich mache doch mal ganz kurz dieses Entry-Zeichen an. Wir sehen es halt an dieser Stelle auch. Die Korrekturen laufen runter mitteltief und dann zieht der Markt schön rein. Mitteltief heißt das hier an dieser Stelle. Das hier war die letzte Bewegung. Und hier sind wir unten rausgelaufen. Jetzt wird es natürlich spannend zu sehen. Laufen wir hier oben drüber oder kriegen wir kurzfristig hier ein kleines Doppeltop und der Markt läuft doch noch mal runter in die tiefere Korrektur. Das wird sich zeigen. Das ist das, was wir sozusagen jetzt in Erwartung haben. Das große Bild an sich. Wir gehen da ganz kurz mal noch in den Tagesschat auch mit rein. Das ist weiterhin natürlich positiv gerichtet. Wir sehen es. Der Markt steht auf Allzeithoch an dieser Stelle. Es ist immer mal etwas Nervosität da. Die kam gestern auch ein bisschen daher um die Nachrichten vom Coronavirus mit der neuen Zählweise in China, dass da doch ein paar mehr Leute erkrankt sind, als man das bisher erwartet hatte, weil die offizielle zählweise etwas geändert wurde. Hoppala. Ja gut, aber es ist wie es ist. Am Gesamtbild hat sich nichts geändert. Der Markt hat sozusagen keine neuen Sorgen bekommen, weil es ist ja alles aktuell wie es ist. Zack, ging es wieder nach oben zur Oberseite hin. Das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und wie schon gesagt, die Stärke setzt sich momentan auch fort. Also hier ein weiterer guter bullischer Markt. Korrekturen können natürlich immer wieder kommen. Das müssen wir auf der Uhr haben. Aber was wir momentan sehen ist ein Verhalten, wo Schwäche immer wieder aufgekauft wird. Und das ist eher ein Zeichen für einen Bullenmarkt als für einen sehr, sehr schwachen Markt. Wie schon gesagt, Korrekturen sollte man immer auf der Uhr haben. Aber das große Gesamtbild ist eher an dieser Stelle doch positiv zu sehen. Gucken wir mal rüber über den großen Teich hier in die US-Märkte rein. Den Dow an dieser Stelle. Das Bild sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das, was wir gerade auch im DAX gesehen haben. Gestern ein bisschen ein holpriger Tag. Ziemlich stark nach unten gelaufen und dann den Weg ab gleich wieder hier Richtung Allzeithoch losgelegt. Also auch hier etwas Volatilität mit drin. Wir bewegen uns hier im Dow momentan in einem in einer Außenkerze. Das heißt, hier ist ein bisschen hin und her getingelt zwischen den Marken dieser Außenkerze. Die haben wir oben liegen. Ich hänge es mal einfach mit einem Schildchen dran. Hier ganz grob Linie oben. Hier das in etwa die Marke von 29.578 Zähler. Und unten dran hier in diesem Bereich knapp die 29.250. Hier tingeln wir jetzt ein bisschen hin und her. Muss man einfach mal schauen, was draus wird. Montag ist Feiertag. Könnte also unter Umständen auch sein, dass wir hier am Freitag ein paar, wie sage ich mal wenige Bewegungen oder ein paar Gewinnmitnahmen sehen. Aber auch hier in diesem Markt das Bild deutlich positiv gerichtet. Wir sehen es auch, wenn wir den Markt mal etwas zusammenzoomen. Schöne Aneinanderreihung von steigenden Tiefs und steigenden Hochs. Also hier aus dieser Sicht die Longseite immer wieder zu bevorzugen. Sollten wir hier unter das Tief drunter durchfallen, also unter das Tief der Außenkerze, dann können wir damit rechnen, dass es etwas tiefere Korrektur gibt. Aber Anzeichen gibt es dafür momentan zumindest noch nicht. Die kurzfristigen Trader sollten sich hier aber so ein bisschen auf die Lauer legen, was am oberen Bereich oder unteren Bereich passiert, weil das sind Abpralllevel, die wir bisher gesehen haben und die können natürlich immer wieder gut zum Trading mit genutzt werden. Bild im S&P 500 sieht ein bisschen anders aus. Hier laufen wir mittlerweile wieder Richtung Allzeithoch, beziehungsweise wir stehen hier auf Allzeithoch an dieser Stelle. Ich zoome das mal kurz ran und mache mal kurz die Trenderkennung hier raus. An dieser Stelle schaut, das letzte Allzeithoch hatten wir gestern hier mit einer Marke von 3.385 Zählern und heute haben wir hier schon ein neues hochgeschrieben mit einer Marke von 3.388 Zählern. Schauen wir mal, wie es weiter geht hier im S&P 500, aber auch hier sehr, sehr bullisch. Kursbewegung aktuell relativ flach, aber das große Bild weiterhin nach oben hingerichtet und auch hier sehen wir immer wieder, Schwäche wird zum Aufkauf genutzt. Das haben wir hier gesehen. Hier gab es Schwäche, wurde aufgekauft. Hier haben wir es gesehen, Schwäche wurde aufgekauft. Das sind die Marken, die wir immer wieder sehen. Das heißt, auch dieser Markt trendet hier wirklich in guter Manier sehr, sehr schön nach oben. So, das zu den Indizes. Dann gucken wir eben noch mal kurz auf das WTI. Das WTI, das hatten wir bzw. gestern hatten wir den Vertreter, den Brand besprochen, aber nichtsdestotrotz, wir gucken mal ganz kurz ins WTI hier rein, gucken uns das Ganze mal auf der Tagesbasis an und wir sehen hier im WTI momentan ein Hin und Her Gewackel oben zwischen der Marke von ungefähr 52 Dollar unten ungefähr 49,50. Da geht das hin und her los. Gestern haben wir auch das gleiche Bild wie bei den Indizes gesehen. Erst schwach, dann stark. Hier im WTI wird es jetzt wirklich spannend. Was passiert hier oben in diesem alten Schwungbereich um die 52 Dollar Marke? Kommt hier stärker rein, könnten wir durchaus Ausdehnung der Korrektur oder der Gegenbewegung nach oben sehen. Wenn wir hier über diese Marke drüber laufen, haben wir auch übergeordnet dann oder einen kleinen Aufwärtstrand, der sich gebildet hat, nachdem wir hier ein kleines höheres Tief gesehen haben. Aber wenn es dann hier deutlich nach oben geht, haben wir richtungsführend einen kleinen Aufwärtstrand, der dann durchaus hier in Richtung dieser Marke von 54 Dollar hochlaufen könnte. Das bleibt also sehr, sehr interessant, was jetzt hier in diesem Schwungbereich um die 52 Dollar Marke passiert. Noch sind wir ein Stück von weg. Wenn Stärke reinkommt, wie schon gesagt, könnte man durchaus die Oberseite hier so ein kleines bisschen mit bespielen. Das Ganze hier mit Blick ins Öl. Und damit sage ich danke für die Zeit zum Wochenausklang. Nächste Woche geht dann so fern. Alles normal sich weiterentwickelt, mein Genesungszustand, alles ganz normal weiter. Das heißt, da gibt es jeden Morgen wieder den Blog-Eintrag vor den Nachrichten. 8.30 Uhr treffen wir uns dann zu den Nachrichten. Dann auch wieder mit Bild lebendgestalt hier im Stream auf Facebook. Also danke für die Zeit. Noch einmal danke für die lieben Genesungswünsche an dieser Stelle und allen gute Trades für heute. Ein schönes Wochenende und bis Montag um 8.30 Uhr an gleicher Stelle. Vielen, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.